So viel teurer sind Lebensmittel in Österreich im Vergleich zu Deutschland. Dieser Frischkäse von Philadelphia kostet in Deutschland 99 Cent, in Österreich 2,49 Euro plus 152%. Für dieses Vanilleeis zahlst du in Deutschland 1,99 Euro, hier 4,89 Euro plus 146%. Und für die Leibniz Butterkekse 1,32 Euro, bei uns aber 2,29 Euro plus 73%. Wir haben insgesamt 71 idente Lebensmittel in diesen Online-Shops verglichen. Nur 13 Produkte waren in Österreich günstiger. Dieser Österreich-Aufschlag ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir wollen daher eine Kommission, die gegen zu hohe Preise vorgehen kann.